I wanna pick into a Kaybar! I wanna pick into a Kaybar! I wanna pick into a Kaybar! Kaybar Kaybar! Hau faut dixer Allan! Dopp a nuclear und dixerpolitical dancers! Das kann ich nicht mehr! Kann ich mich jetzt wieder hinsetzen, ich bin immer noch Hypothermia! Ich bin an Kantschus, jetzt hau ihn um, jetzt hau ihn um, jetzt hau ihn um. Geh mal eben draußen gucken, ja, lass du dich mal hin. Ey, er ist nicht gelootet, ich krieg den nicht, der ist so am D-Sinken. Der ist so am D-Sinken. Wo sind die, wo seid ihr? Der hat jetzt deine Waffe und dein Dreck weg. Ach das, Alter, warum hast du ihn nicht gekriegt, wenn er mich blootet ist? Nee, du bist nicht mehr, weil der total leer ist. Welcher, wo ist er? Welcher ist er von den beiden? Die da auf der Stadt stehen. Du bist der mit der Axt, ne? Da ist er. Der ohne Axt. Wo ist er, wo ist er? Wer ist das hier? Der hier ist das mit der Armbrust, der hier, der hier. No way, bitch. Oh my god. No, oh, ich hab' kommen, go away, ich hab' kommen, man. Das ist Muni, Finn. Oh, ich muss jetzt nachladen, oh, nur Einschluss. Das ist Muni, Finn, sorry. Er ist so am D-Sinken gewesen. Bei mir steht da immer noch über Thermik. Ja, bei mir auch. Ich bin gleich tot. Immer noch? Trotz des Folgendes? Ja, 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 ja. Nee, ich bin nicht mehr beim Feuer, ich versuche... Der muss ausgelockt. Bei mir hat das funktioniert, komisch. Definitiv, also es ist jetzt kein Scherz. Hört mich einfach nicht aus. Ich bin viel zu weit von euch weg, Frank. Ich bin am allerende der Karte. Wo ist er jetzt hingelaufen? Ich hab' keine Ahnung, scheiß drauf. Der Rucksack war eh ruined. Da liegt er, er liegt da. Hab' ich ihn getroffen? Scheint so. Hast ihm die Beine geworfen. Schieß ihn in den Kopf, dass er nicht... Oder in die Beine, wenn die eh schon kaputt sind. Schieß in die Beine. Wo seid ihr? Oh, er rollt, er rollt. Okay, immer den Schissen hinterher. Schieß nochmal, auf die Beine nur. Ja, ja, ich will ja in die Beine schießen. Alter, euer Ernst? Alter, wie viel überlebt der denn? Alter, ich will ihm einen Headshot geben mit der Achse, aber es ist unser Headshot. Lol, ihr habt ihm schon wieder alles kaputt gemacht. Ist doch nicht schlimm, ich hab' noch ein Seil für dich. Das war auch um ungefähr, wo ich hier renne, so, dann renne ich die Ante wie irgendwie. Okay, jetzt kannst du ihn schnell loswerden. Frank, das bringt nix, halte ich lieber an die Jungs dann. Ich geh' wieder hin zu den Lagerfeuern, tut mir leid. Bist du zu mir gelaufen? Bisch sind zwei Stunden weg. So, hier kannst du... Hier sind doch auch Schweine in der Nähe, dann kann ich dir eben... Ich hab' ne Mahete und ein Seil, kann ich dir in den Rucksack machen. Irgendwo da oben. Naja, nee, ein Seil hab' ich, ich brauch' nur irgendein Vieh. Ja komm, wir suchen mal ein Schwein. Mir kann aber gleich einer Seil entgehen, wenn er Bock hat, ne? Bevor ich hier draufgehe. War jemand von uns eigentlich schon oben hier in der Baustelle? Bei der Baustelle? Ich lauf' jetzt, glaub' ich, mal zum kleinen Erfield, mal gucken, was da abgeht. Tod. Ich bin tot, ich lieg' ja bitte auf der Straße Richtung Eck-Dings. Richtung Eck, was? Was hast du für Zeug? Ich hab' dich, bin der mit der Shotgun. Oh. Geh' dich looten. Oh. Ja komm, geh' ihn schnell looten. Ich versuch' schnell wieder hinzukommen. Meine Fresse, ey. Dann hätt' ich, glaub' ich, das mit dem Hangar, wär' mir dann, glaub' ich, lieber gewesen. Mir scheißegal, Alter. Dann soll er halt Hunger haben die ganze Zeit, ist mir doch wurscht. Also nicht erschrecken, ich muss grad mal was... Nee, doch nicht. Komm mal wieder die Leiter hoch. Unten ist... Oh, da kommt einer mit Waffe, Leute. Mit Waffe. Wo, wo? Vor dem Tower, vor dem Tower. Jetzt neben Tower. Put your weapon down. Put your weapon down. Ich bin am Haupteingang, ich seh' ihn nicht. Los, der guckt... Wie soll ich das erklären? Der kommt jetzt... Ach, fuck, Alter, an der Seite, wo die Leiter ist. Ach da, da passt's doch. Jetzt, siehst du ihn? Put your weapon down, now. Ach da, ja. Ey, der kommt grad zu mir, ne? Der laggt irgendwie voll komisch. Der mit der lilanen Rucksack, ne? Oder was? Ey, der hat mich ab... Der wollte mich abschießen, ich hab' ihn. Der Wichser. Warte, warte, ich komm runter, das kann ich gebrauchen. Das ist ne SKS, glaub ich. Nein, das ist ne Sporder. Ne Sporder? Ich hab' ein bisschen Muni. Oder? Ne, diese CZ ist das. Karabiner, oder? CZ, Dingsbums, Carbine. Der hatte auch, glaub ich, Muni, der... Ja, der hat da ein Magazin drinnen. Ja, das ist eine SKS-Munition. Mhm. Aber ich mein, wenn jemand die Waffe braucht, dann hat er ja ein Magazin dabei. Ja, sein Rucksack fackt. Aber die Shotgun ist voll krass stark geworden. Boah, Alter. Ja, den Rucksack musst du nur einmal rauspacken, denn siehst du, was da drin ist. So war das eben mit der Hose durch. Ja, aber auch nicht immer. Ja, oder du ziehst ihn mal kurz auf. Ja, einmal anziehen. Ich bin jetzt am Wasser... ...am Hafe irgendwie. Jetzt hat er das Streichelz da drin. Ne, ne, das war meine. Das sei halt identischer Rucksack gewesen. Oh, ne. N' Longhorn hat der. Das ist Dingsbums. Schade, das Wurm. Ja, aber wenn du am Wasser bist, am Hafen, könnte das Berizzino sein. So, wo ist das Magazin dafür? Ich werde jetzt eh auslangen. In der Waffe drinne war es. Und hat jemand rausgenommen. Pass auf, ich hab hier Longhorn rausgenommen. Ne, Magazin ist... Das ist kein Magazin in der Waffe. Leg die nochmal raus, oder nehm die nochmal raus. Oh, jetzt hat der Rucksack auch ganz andere Sachen noch drin. Jetzt sehe ich das erst. Hm, ist aber alles kaputt. Warte mal, ich schläge die Waffe nochmal weg. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Jetzt ist auf einmal die Jacke auch ruiniert, oder was? Und krrrr. Die wurde mir eben noch als Highlighter gezeigt. Äh, lol. Wie soll ich denn da drankommen, Alter? Wazwoll das denn? Hier liegt voll das geile Zeug, Alter. Ich will so einen Hut haben, aber ich komme da nicht dran. Ich muss ja F drücken. Ne, geht nicht. Okay. Sachen, die ruins sind, kann man auch... Kannst du nicht benutzen, nein. Schade. Auch nicht mehr Heil machen, so mit Rolf und Wind. Nein. Nur Rags. Ey, Leute, kommt ihr hier oben dran? Ich komme da nicht dran. Ich will den Tankerhelm haben. Ich komme da nicht dran. So, ich bin erstmal raus. Ja, danke fürs Zocken und so. Jo, danke auch. Ja, ich schreibe mal meinen Steam-Namen einfach mal im TS. Kann mich jemanden adden, wenn er will. Ich bin erstmal ab. Ja, der Luke da oben ist ja echt super, Alter. Ciao. Ciao. Warte mal. Oh, ich konnte gerade was anklicken. User disconnected from your channel. Warte, dann musst du gleich mal mit First Person machen. Wie habe ich das gerade gesehen? Warte mal, ich bin hier irgendwie so gegengelaufen. Ich weiß, keine Ahnung. Wo ist sie da? Was sind die? Wow, wie man hier die Einschusslöcher von meiner Shotgun sieht. Das sieht aus wie so eine Blume. Nee. Ah, das ist gut. Alter. Nö. So ein Kleblatt oder so, ey. Ich glaube, ich muss niesen. Ich glaube, in wenigen Sekunden. Nee, doch nicht. Noch mal verhindert. So. Ich kann immer noch nicht mit dem, äh, Crossbow zielen. Mischen Park, da musst du re-loggen. Oder du musst ihn färben oder so, aber ich glaube, es geht bei dem Crossbow nicht. Nee, geht nicht. Hier ist doch das Magazin von der Waffe. Ach, das ist ruined. Hä? Aber du kannst die Muni da, glaube ich, nochmal rausnehmen. Jaja, ich habe Revolver-Muni, habe ich genommen. Ich habe vier Pristine-SKS-Muni, wusste man mit der SKS. Der ist, glaube ich, der, der sich gerade ausgelockt hat, oder? Ich muss mal kurz ins Telefon... T1-Pistole. Mach nochmal ne Blume. Uuuuh. Süß. Ich will nur noch die Farben. Immerhin hat er schöne Schuhe gehabt, die ich mir genommen habe. Oder er hat so ne Police-Uniform-Jacket gehabt. Jaja, aber ruiniert, oder? Ja. Er kam wahrscheinlich aus Kassenostorf gerade. Oh, Polycar-Cab. Nice. Ich habe meinen schönen grünen Cowboy-Hut. Ja. Howdy, allerseits. Howdy, ja. Wir werden nicht so weggeschossen. Auf dem Staple-Server wäre es hier schon links tot. Oh, ja. Ich gehe mal nochmal kurz rein. Soll ich dir mal zeigen, wie man in den Tower reinkommt? Also, in die Wand. Ja. Wo bist du? Ich bin drin. Komm mal in den Eingang. Ja, ich bin Eingang. Ich bin Eingang. Ich bin Eingang, Alter. Guck, du musst. Wo bist du? Du musst hier rauskommen. Du musst dich hier hinlegen. Du musst nach vorne. Du musst dich in die Treppe rein drehen. Dann musst du dich reinrollen. Okay, ich bin drin. Okay, einmal nach vorne gegen die Treppe rein. Du machst das falsch. Du musst dich in die Treppe rein drehen mit dem Kopf. Da ist ein Spieler. Spieler, 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 Spieler. Ah, da sind die Achsen. Echt jetzt? Will er dich schlagen? Dann hau ich ihn weg. Wo bin ich denn? Wo seid ihr? Nein, der will ich nicht schlagen. Wo ihr seid, habe ich gefragt. Hallo? Kannst du Deutsch? Can you speak German? Boah! Weg! Boah, AK-Schüsse oder so. Der wird von der AK beschossen. Alter. Das sind keine AK-Schüsse. Das sind Sportler, oder nicht? Erik flüchtet unter Sound durch. Ich höre keine Schüsse. Ich sehe nur die Einschläge. Das ist das Problem. Ja, ich auch. Ich habe auch gerade so gedacht. Und das war keine Sporter. Dafür ist der zu schnell umgefallen. Kletter mal eben hoch. Das war... Außerdem kann das gar keine Sporter. Ich wurde getroffen. Fuck, Alter. Ja, ich glaube, hier ist ein Hacker drin oder so. Ja, ja, wirklich. Ein Hacker auf dem Experimental? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn nicht funktionieren? Na ja, meistens ist die... Das ist mit der Version gar nicht konform. Er hat mich nämlich... Ja, aus dem Winkel. Wie will er mich da getroffen haben? Oh, ich bin tot. Ja, ist ein Hacker bestimmt. Dann lass mal hier weg. Ja. Ich bin tot. Ich lieg oben. Scheiße. Hier rechts ist ein Loch im Zaun. Hast du dich oben hingestellt, oder was? Nee, ich bin... Hier ist kein Loch im Zaun. Ah! Schon draußen. Aber hier. Hey, das sind dann die richtigen Häken. Auf dem Experimental-Server gehen, um da zu hacken, Alter. Da krieg ich echt wahnsinnig gut. Wie fika. Allein schon, halt überhaupt selber so zu hacken. Aber ganz ehrlich, wenn er Hacker wäre, dann hätte er uns jetzt auch gerade getötet. Ich meine, der kann ja fliegen. Ja, und dann fliegt er uns jetzt hinterher, setzt sich vor uns und knallt uns ab. Das geht ganz schnell. Nein, das muss ja nicht heißen, dass er einen God-Mode hat. Es gibt ja verschiedene Hacks, ne? Ja gut, aber wenn, dann richtig oder nicht. Was meinst du, was er jetzt für einen Hacker hat? Dass er uns sieht, oder was? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, dass er unsichtbar ist wahrscheinlich. Ich glaube, der ist gerade oben und looted mich. Echt? Ja, ich habe so ein Ah gehört. Wo bist du jetzt? Ich bin hier rechts von dir. Hier. Alter, ja, ich habe dich gesehen, das kann. Ich gucke gerade mal auf den Tower drauf. Das Ding ist, ich habe auch noch nicht mal die Schüsse gehört. Ja, ich habe nur die Einschlüsse gehört. Ja, die Einschläge, ich auch. Ich kann nicht zoomen. Ich kann nicht... Ich kann nicht in Dings-Mode gehen. Ja, dann kannst du auch nicht schießen. Nicht, dass er das gemacht hat, ne? Nein. Das ist ein Bug von der Waffe. Wir beide gleichzeitig? Also dieses Waffe-Weg-Stecken ist auch ein Hacker-Ding, ne? Das weiß ich ja. Ja, das ist Hacker, ja. Das ist Safe-Mode, ne? Ja, ich muss dann auch gleich auf. Mein, äh... Team-Norm, seht ihr. Äh? Da rennen zwei über die Straße. Wo? Hier vor uns, Mann! Jetzt rechts auf der Wiese! Hallo! Ihr müsst mal aufpassen, der da vorne, der da irgendwie beim Tower ist, äh, der scheint... Oh, Alter, der schieß... Schießt du die ab? Ach, Russe, alles klar. Der will mich schlagen, der Pisser. Ach so, wei, 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 wei. Ich kann nicht... Ich kann auch nicht schießen. Da ist noch einer. Drei, Alter, willst du mich verkackeilen jetzt? Ja, komm weg hier. Pack die Waffe weg und komm... Nein, ich hol mir die Pisser. Das sind zu viele. Einen hab ich. Ich bin... Irgendwas ist mit mir. Ich hab ne Fraktur, ich hab ne Fraktur, Alter. Oh, fuck it. Ich muss weg, Alter. Ich muss mich bandagieren. Wo bist du? Da ist einer mit... Da ist einer mit dem gelben Helm. Ja, das bin ich nicht. Da läuft einer mit ner Spitzhacke. Das bist du, oder? Das bin ich, ja. Ich will dir mit dem gelben Helm. Oh, Schüsse. Magnum. Alter, fuck, Alter. Wo bist du jetzt? Ich bin mich am bandagieren. Ich komm jetzt wieder. Ich bin wieder da. Er ist tot. Alter. Der Typ ist einfach umgefallen. Welcher? Der mit dem gelben Helm. Digger, dann ist hier bestimmt der Hacker. Oder der war auch hypothermisch und ist jetzt grad gestorben, ne? Hm, weiß man nicht. Digger, ich hab jetzt nicht so mega Zeug. Also wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm. Ich kann nicht schießen. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Du musst dich nur einloggen. Da war der Renter. Alter, wer ist das? Wer bist jetzt du? Wer bin ich? Ich bin der mit dem komischen Ding, Cap. Da schießt einer auf mich. Pass auf, hinterm Haus. Ich bin tot. Du bist vorne rumgelaufen. Der war hinten. Der steht am Brunnen gerade. Hab ihn. Ich hab ihn. Du hast die Spieler gesehen, ne? Ja, ich lauf da grad hin. Da, rechts. Die rennen hinten weiter. Guys, hello? Hello. 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 Nooo. Du willst sterben oder willst du leben? Oh, Mann, ich will nicht töten. Chill. Cool down. Mann, shut up oder ich will dich. Mann, shut up oder ich will dich. Mann, es ist okay, ich will dich. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Okay. Can you speak German? Can you speak German? No, I'm not German. Boah, ich könnte ihn durch den Kopf schießen und beide die mit einem schießen. Where you go now? Where you go now? I went to Svetlow. Svetlow. I found a guy with new items, you know? I'm swimmingly. Wie die sich in die Hose scheißen. Die scheißen sich in die Hose. Die spielen eine Rolle gerade, glaube ich. Ja, ja, ist auch so. Okay, äh, do you see some guys? Ich sehe hier mehr Tüben als auf dem Stable, so. Soll ich ihn mal fragen, ob er meinen Jacke will? Die ist ruiniert. Nein, das ist Quatsch. Let's go. Over there. What's there? What's there? There's some man. Können wir das noch gewesen sein? Over there. Shotgun man. Shotgun man. Yeah. He has shotgun. At the airfield. At the airfield. Come. Yeah, at the airfield. You had a gun too? You had a gun too? No? Naja, der meint bestimmt mich. Das war bestimmt der, der da. Du hast jetzt bestimmt seine Waffe. Hm. Ah, do you had a CZ 527, right? Carbine, yeah. Carbine, right? Oh, nee. Ist das euer Ernst? Oh, das ist ein Scheiß. Abgeknallt, ja. Oh, warte, ich nimm das auf in meinen Trailer, Alter. Ich bin schon die ganze Zeit am aufnehmen. Echt? Ja, ja. Ja, wir together, ja. Ma, ja, ja. Oh, nicht witzig. Nicht witzig. Ich tanze mal mit. Wie ich sie hüft. Ich pack die Waffe aber jetzt nicht weg, oder? Alter, ehrlich. Okay, next is down. Alright. Next is down and... Ist das geil, Alter? Okay, ich spiel glaube ich nur noch Experimental, ey. Dafts strawberries tutti. Ist das geil, Alter? Oh, Gott. Das war aber jetzt gerade mal lustig, Alter. Die sind nicht mehr sauber, die Typen, Alter. Herrlich. Wie viel Langeweile muss man denn haben? Echt mal. Hanni, sag lebewohl. Nein! Nein, I'm burning! I'm burning! I'm burning! Was, du brennst? Ja, my face is melting. Alter, was? Alter. Dann geh vor Feuer weg. Hab ich doch gerade, ich bin doch schon ein Stück weggegangen. I'm burning! Jetzt bin ich auch starving. Ich bin tot. Was? Geil, wie er da liegt, Alter. Der Kopf fällt nach vorne. Zack. Als ob du dir einen kaufst, Junge. haber, wie du so? Ich bin froh. wery.